Hallo! Wir sind hier in der Deutschen Reichstag und in Berlin. Es gibt... Es ist kalt. Uns sind kalt. Und Griechen. Ja, wir werden essen gleich. Ja, wir suchen einen Restaurant. Der Du an der Télévision. Wir finden einen guten Restaurant. In Nikolai Fiertel finden. Ruf an! Ruf an! Voilà. Merci!